Geh kacken! Ich will so, was geht, mach ganz Tanze meister propper, wenn er das kann Und du arbeitest schwarz, okay Spel die Tür gut zu, da ich dich nicht seh' Was du riechst, dein ist mein Herz Mach bloß kein Terz So mach, wenn ich meister, ich muss fürchterlich kacken Ich hab'n Darm voll Lava und volle Backen Wie der Schlüssel ist abgebrochen, was geht Komm da raus, du Sau, oder sprech'n Gebet Bitte kein Mal hör' Mit dem Insalate Irgendwer Ich muss fürchter rein, oh-oh-oh-oh-oh-oh Lass' die Grimmer frei, oh-oh-oh-oh-oh Ran an den Speck So, ich zählst bis drei, dann ist die Tür auf, sonst gebe es auch für Mappe Wenn ich hier gleich nicht scheißen kann, geht das auf deine Kappe Muss ich denn wirklich erst ne Handgranate werfen? Ne offene Tür vom Buller, denn die Lage ist schon entschärfend Mal zu schätzen, wir kriegen dich, Klobesetzer wollen wir nicht Horst, ruf doch den Schüsseldienst, haha, ein Witz Mach dein Testament und schiebe durch den Schlitz Ich scheiß gleich in ne Wupsel und du zeigst in neue Hose Wenn du mich die Tür festmachst, mach ich nicht die Rübelhose Auf Besetzung von 0-0-Volkrieg Mach keinen Scheiß mit mir Stoß mit Tür ein Ei, oh 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 Matuschek Matuschek, weg von der Tür, willkommen jetzt rein Ey, Europas neuer, den Kühlen-Bagger, mach ich ab! EEEEEE! Hey, yeah, this is it! That's it. The great new recording from the German band Bundeskriminalamt erklärte, dass es sich bei dem sogenannten Fistmobs um ein reines Fantasieprodukt handele. Duisburg, die Pseudo-Hörspiele der Rockgruppe Eisenpimmel werden, wie aus zuverlässiger Quelle bekannt wurde, immer blödsinniger, langweiliger und aufgesetzter. Der Therapeut und Musiciologe der Gruppe versicherte, dass diese Angaben definitiv falsch seien und verwies auf folgende Einspielung. Verdammtes Sauwetter. Ich bin total nass. Sag mal still. Ey, sag mal still. Hörst du das? Jo, die Glocken. Boah, scheiße. Wieder mal's Blablack-Sabbat. Lass abhauen, ey.